Das ist das vierte Mal, dass A Star Is Born ein Film wird. Die Geschichte von einem Alkoholiker, der schon Star ist und eine Frau entdeckt, die dann Star wird, und zwar ein viel größerer als er je war, ist schon dreimal verfilmt worden, 1937 glaube ich, 1954 mit Judy Garland als die Frau und James Mason als der Alkoholiker. Dann nochmal 1976 mit Chris Christofferson als Süffel und Barbara Streisand als die, die singen kann. Und jetzt eben mit Bradley Cooper selbst in seiner eigenen Regie als der Mann, der sich kaputt trinkt. Und Stephanie, Joanne, Angelina Germanotta, For You and Me, Lady Gaga, als die Frau, die es noch besser macht als Streisand es schon gemacht hat. Ich sing meine eigenen Songs nicht. Warum nicht? Ich fühle mich nicht wohl dabei. Warum fühlst du dich nicht wohl dabei? Fast alle sagen mir, dass ihnen gefällt, wie ich singe, aber dass ihnen nicht gefällt, wie ich aussehe. Ich finde dich wunderschön. Ich habe den Film das erste Mal auf dem Filmfestival in Venedig gesehen, und zwar als so eine Art Nachmittagszerstreuprogramm, weil man dachte, hey, Bradley Cooper, totaler Klassiker, Lady Gaga, das wird bestenfalls schräg und schlimmstenfalls super peinlich. Und das war der Nachmittag, an dem man die ganze Zeit in Venedig Filmkritikerinnen und Filmkritiker getroffen hat, die so mit halb vorgehaltener Hand gesagt haben, liegt das jetzt an mir, liegt das an der Sonne, liegt das am Alkohol oder war das wirklich wahnsinnig gut? Und die Antwort, auf die ich mich inzwischen eingependelt habe, ist, es war wirklich wahnsinnig gut und es ist wahnsinnig gut und man muss da reingehen. Weil tatsächlich es weniger darum geht eigentlich, dass Bradley Cooper als Typ Lady Gaga als Frau entdeckt, sondern eigentlich mehr darum geht, dass Lady Gaga ihn so anheizt, ihn so öffnet, ihm so die Möglichkeit gibt, wirklich mal als Schauspieler auch brillant zu sein, weil sie es ist. Dass man eigentlich sagen kann, der Film handelt eigentlich davon, wie Lady Gaga Bradley Cooper als Schauspieler und als Regisseur entdeckt. Hey! Was? Ich wollte dich nur nochmal ansehen. Die Musik ist hammergut und was ich auch sagen darf, weil ich die ganzen alten Schinken jetzt nochmal angeguckt habe für den Vergleich, es ist der neben der Version mit Judy Garland wirklich Bester. Also in der Judy Garland-Version hat man noch am ehesten ein Gefühl dafür, wie bedrohlich ein Mensch ist, der kaputt geht. Also James Mason hat halt einfach so einen Schatten von Böse, das ist für mich ewig der Lolita-Pädophile. Das gibt dem eine zusätzliche Eweldimension, die jetzt in dem Film fehlt, aber die Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren war also noch nie so interessant wie jetzt in dem Film. Es ist so viel Care da drin, es ist so viel Sorgfalt da drin, es ist irgendwie eine Überlegung drin, was heißt es eigentlich ein Star werden, wovor hat er eigentlich Angst? Er ist nicht neidisch, dass sie erfolgreicher wird, sondern er weiß, wie übel Erfolg ist und wie gut es andererseits ist und er sagt ja, sie soll die Wahrheit sagen und du hast eben das Gefühl, das ist ein Märchenfilm, der nicht lügt. Also sowas geht offenbar, es hat natürlich kein glückliches Ende, weil sonst wäre es ja gelogen. Aber wenn man so Prinzen und Prinzessinnen Geschichten eigentlich ganz gerne mag, aber halt nicht angeschmiert werden will, dann muss man das angucken.